Ich bin die Sina Steinhauser, bin 14 Jahre alt, spiele linkes Mittelfeld oder im Sturm. Meine persönlichen Ziele sind, mich hier in jedem Training weiterzuentwickeln und immer was mitzunehmen. Und die Ziele der Mannschaft sind, so viele Punkte in der Saison zu sammeln, wie es geht. Und ich spiele seit ich klein mit meinem TSV Tetten.